So, und hier die Wasserbücher und Kreben auch gleich noch die Gehölzer-Funkerfolschen. Es kommt dann hin und wieder Schwarzdorn hoch. Da vorne kommt Romaneinus, das ist der Grundloch. Aber wie gesagt, dann ist das wieder frei von drei Jahren Zeit. So sieht das hinter mir aus, die Papieranne. Kommt sogar noch die Sonne heute raus, das ist ja Wahnsinn. War gut, dass ich gestern die Scheiben sauber gemacht habe. Witz und lang, super. Das kurz mein Lebensauberwunsch gleich hier hinter. Auf der anderen Seite gleich mal eine andere Seite.